Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit der Familie. Die Familie sind der Papa Olli, hallo. Schobidu. Die Tochter Jasmin, hallo. Hallöle. Und der Sohn und Mann Adrian, hallo Adrian. Ja, Papa und Adrian sind noch unterwegs. Jasmin ist mittlerweile schon wie er zu Hause, glaube ich, angelangt. Ja, ich war irgendwo in der Mitte und nach Hause rausgekommen. Genau, ich baue noch ein bisschen an der Kirche. Dein Ernst. Muss sein. Das sieht so bescheuert aus, wenn er sich auf den Kaktus stehe. Ah, da ist da oben ein Tempel? Ja, da ist ein Dorf, oder ein Tempel. Ja, wollen wir da mal gucken, oder was? Oh, lass mal dran. Wir wollen jetzt, in der letzten Folge, verdammt nochmal, jetzt diesen scheiß Dschungel finden. Ist jetzt alles weg? Papa, wollen wir den nicht finden, bin ich echt enttäuscht. Ja. Von mir und vom Publier. Wer kommt da? Ich bin doch von mir selber enttäuscht. Wer ist da in meinem Haus eingeritten? Ich nicht. Ach, habe ich schon wieder Besuch von den Nachbarn, oder was? Von den Nachbarn. Ja. Hier ist nicht das Nachbarn, der ich malwählisch besuchen wollte. Sehr klein. Ja, das sieht doch gut aus, da oben noch mal gucken hier. Das ist extremst groß. Wow. So, was haben wir hier? Hier haben wir Brote, Eisenbarren, nehme ich doch mal mit. Eisenbarren? Ja, einer, aber. Oh, geht schon wieder nicht. Das ist leck. Hier ist sehr viel Weizen. Der, äh, der, äh, der, das ist hier Drogen, wegen Weizen. Hä? Die planten hier Drogen. Okay, dann vermähre ich mal eben die Beatrooms. Ey, Beatrooms, die hätten hier im Dorf. Jetzt schon wieder weiß ich, nach 10.000 Franken, wenn ich mir ein Video umziehe. Na, ich hatte es doch letzte auf dem Tisch und die letzte. Warum gibt es uns die nicht? Weil ich es vergessen habe. Ja, echt mal, ey. Hallo, bist du? Äh, ich bin hier in diesem Tor. Äh, hier sind auch noch reichlich Brote. Oh, zwei Emirates. Schön. Oh, moin. Oh, moin. Powerar wird reich. Papa, wir müssen es nennen. Businessman. Und schon wieder nachtig, glaube ich, spinne. Echt? Was muss ich spinne? Nicht eine spinne. Ja, er ist ja gesagt, ich spinne. Ja, und? Da kam ein Spiel. Das war mal eine spinne. I think I spider. Und wo bleibt der Spruch? Keine Ahnung. I think they too. Du kannst nur nachts und während eines Gewitter schlafen, das ist nicht nett. Schon wieder schlafen? Ja, jetzt. Ja, warte. Das ist das zweite Mal. Nein, ich habe die Etage verfehlt. Also, vor der Letten. Oder ist es im Bett? Aber hier sind, hier theoretisch sind hier Betten. Ja, es ist ein Bett. Okay, ich auch. Wow. Wir schaffen es alle viel zu schlafen. Was ist denn hier los? Ja, wenn sich das gerade so anbietet. Verändert also, dass ich mich, äh, Dings hat das ja nach unten geht, sozusagen. Ja, das habe ich öfter mal. Ich habe schon wieder die Etage verfehlt. Was ging mit deinem Haus ständig so? Deutsch. Ähm. Ähm. Mama, ich komme mal gleich vorbeigucken, musst du da so. Aber da waren wir da oben schon. Ne, ne? Da waren wir gerade als erstes. Ja, kannst du gehen. Aber da waren wir nicht drin in der Bude. Doch, da waren wir drin. Da warst du als erstes drin. Oh, ich kenne mich immer noch nicht in meinem schönen Haus aus. Da oben. Ja, ich nehme gerade ein bisschen Weizen. Hier ist die Kamel. Oh. Ich habe fast ein Stack Weizenblöcke. Vielleicht sollte ich mich so riskant auf meinem Dach rumlaufen. Ich habe eine ganze Kiste. Ich habe fast zwei Kisten voller Steine. Okay. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich habe Stecks. Oh, ich bin ja auch weh. Ich habe auch die Etage verfehlt. Ja, du hast schon von mir sehr viel, ne? Was habe ich von dir? Sehr viele Steine. Ja, ja. Aber du kannst mir gerne welche bringen. Ich kann mir mal wieder welche. Ja, du musst erst mal deine Kiste wegkriegen, ja? Baba. Ja. Ich muss nachher meine Kiste erst mal hier abbauen, dann, ne? Ja, das dachte ich mir auch bei meinem Haus. Wo soll ich mit den ganzen Sachen hin? Ja, da, da, da. Ey, der ist ein Fall. Du hast schon ein gut funktionierendes Lager, Jasmin. Ja, aber das ist ein bisschen überfüllt, ne? Nur ein bisschen. Ich meine, ich wollte jetzt ja was Neues anfangen. Ja. Und, ähm, glaube ich, ja nicht genau sagen, was. Okay, aber das war unmütig. Egal. Ja, es war aber jetzt. Das ist wahrscheinlich auch nicht. Natürlich. Nee, 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 nee. So, jetzt auch streamen, mindestens am Anfang. Wir machen jetzt das Weg. Also du. Was denn? Du sprichst und sprinten, okay? Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr so langsam zu sein. Das ist die letzte Folge in der letzten Aufmerksamkeit. In der letzten Aufmerksamkeit. Ach, ich habe nur noch eine Niederwahl zu achten. Ich finde dieses Niederrot ganz toll da oben. Da kommt jetzt der Glockenturm raus. Sieht ein bisschen dunkel aus, ne? Kommen wir hier rein. Warte. Was ich hier schönes gemacht habe. Aha, wo soll ich denn nicht einen hin tun? Mein Handy. Warte, 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 guck mal. Ich habe ein bisschen, also ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze habe ich frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze. Ich muss eh gleich in mein Haus. Ich wollte dir einfach mal die Kirche von innen zeigen. Halt cool. Also ich glaube, irgendwie Dschungelbüro sind selten. Hast du bestimmtes Muster gemacht oder nur einfach? Nee, einfach zufällig. Cool. Die werden dann schon sehen, was du hier gebaut hast, ne? Was ist das? Das ist das Taufbecken. Achso. Stimmt. Warum komme ich da nicht eher drauf? Und was soll der Tischchennecke? Ja, ich war da schon. Ich wollte da eigentlich eine Kerze draufstellen, aber das geht nicht. Was denn? Da ist es wieder im Dorf, aber da habe ich keinen Bock. Ja, natürlich gucken. Wir müssten hier hinten nochmal für die Tische irgendwie nochmal ein bisschen Deko-Kram finden. Wir wollen eigentlich nicht tausende Dörfer. Blumentöpfe? Ja, habe ich auch schon so gedacht. Wo ist das Dorf denn? Ja, der will nicht essen. Aber hier flächen nicht jetzt. Hier, auch andere Seite. Kann man so lassen, oder? Da, geh nach links. Guck da. Das ist mal so blöd, wenn hier solche großen Wände sind und dann hier nichts dran. Riesiges. Man kann ja nichts dran machen. Früher konnte man ja mit diesen Bilderrahmen dann noch die Fackeln reinmachen. Das kann man jetzt nicht mehr, ne? Doch, glaub schon, oder? Ja, wie heißen die, diese, ähm... Ähm... Itemframes. Itemframes, genau. Soll ich machen? Wenn du es schaffst, ja. Äh, in meinem Haus leider. Aber wir gehen kurz ansteigen. Da ist auch ein, ja, nimm da, ist egal. Ich muss leider noch ein paar Näht der Ziegel machen. Mhm. Ich bringe dir noch gleich die Steine runter in den Keller. Ja, ist cool geworden, oder? Ich glaube, das war so. Ja, ich weiß, dass es früher ging. Ah, ja. Warte. Und dann die Fackeln da waren. Das sieht voll geil aus. Mhm. Aber da muss man ein Shift machen, ne? Ja, musste man mit Shift. Ja, das, das, irgendwie war das. Aber ob das jetzt noch geht, weiß ich... Ah, ich weiß, äh, Fackel vorher hinstellen und dann Item, ups, Item... Da sind keine Kisten in den, in den Häusern. Ich hab's dreißem Rakt gefunden. Okay. Ähm. Ähm. Na gut. Scheiße, meine Niederwarzen sind noch nicht gewachsen. Okay, gut, ich hab alle, äh, Wasserhäuser. Okay, ich hab alle. Hast du wie viele Niederwarzen hast du zufällig? Äh, ich hab, äh, vier, fünf Stacks. Ja, weil meine nicht gewachsen sind. Aber ich, nenne, äh, soll ich dir welche bringen? Ich geh holen. Ah, nee, du geh mal holen, dann kann ich meine Steine ausleeren. Oh mein Gott, das hat eine riesige. Ja, ich guck gleich, äh, ich bin noch im Kino. Äh, ja. Oh mein Gott, ich komm mal hoch. Ey, ist aber Gold, oh Mann. Ich hab auch keine Eisensteine. Also die Kiste mit Bruchsteinen hier im Keller ist leer. Alter, ich dachte, wie. Okay, nö, lass ich nicht gelten. Ich lass dich nicht gelten. Kommst du wieder da hoch, oder? Ich komm wieder hoch. Okay. Äh, ich sah, ich sah nur Adres Namen so nach unten so, äh. Alter, ich dachte, du bist um mich hier tot. Ich komm da wieder hoch. Ich hatte mich letztens auch gerettet gehabt. Ich bin wieder an der falschen Seite meines Hauses runtergesprungen. und dann habe ich mich aber so gerettet ja ich hab schon zurückgepackt ja ich habe hier gespeichert muss ich jetzt mal die mein geheimfach steckt ja weil ich brauche uns deckt davon abgesehen aber es macht ihr meinen wintergarten habt ihr kein zu hause oder was ich habe hier drei stücke im wintergarten aber du hast ein mikro nicht an ich bin jetzt nach unten gefallen ich bin gerade dabei ich bin ich bin nicht im wasser ich habe jetzt mein versteckt ja weil ich muss erst mal dieses glättchen erst mal loswerden wie komme ich jetzt hier hoch muss ich gar nicht bewegen ein brustpanzer war kaputt hast du gesagt ja ich hatte noch eine in der kiste sie ich bin ja ich bin ja nicht weit weg ich bin noch in diesem in diesem dorf weil ihr da geschlafen habt aber ich weiß jetzt nicht mehr in welche richtung das war ja mach das mal die brust ein kiste der ist papa papa zu a dran ich dachte du sollst es nicht doch sollst du ich trich tp deine kiste ist da hinten hallo da papa springt er ins wasser ran wo ist die kiste da weiter runter ja aber dann bin ich ja wieder tot nenne ich bin wieder tot ja ich merke schon ach man ok kommst du jetzt mal gucken ich komme jetzt gucken wo sollte gucken kommen ein moment wegen dem bilder habe ich alles mit mir ja ich komme zu kirche bitte nicht fehlen und das gefällt ich glaube zumindest im groben habe ich alles ja warte ach so kann ich alles aufnehmen weil ich lang rüstung noch im inventar die rüstung anziehen wo ist meine hinter die tipp aber das war es mit 23 level ich habe wieder 23 ja cool wo ist die hose genau das sieht aus jasmin dann war ich mir mal eben dann ja ja kannst du machen jetzt muss ich erst mal gucken jetzt mal dass die hose sich zerlegt hat bei dem und einmal mein kram hier vernünftigen einfach so stehen lassen und dann einfach auf dem blog nicht auf die fackel auf dem blog okay okay das ist die folge das gefällt mir ist da hinten das hingegangen ja warte mal könnte man das hier vorne auch dran machen hier an diesen an den rechten und an den linken nach vorne machen tatsächlich nach vorne die große schlucht hier ja die ist schon von stark aber sind leider unter 27 da unten ist höhe 30 noch zu dunkel ist auch nicht nacht okay was im bett hier ja ich habe bett 1 nur aber okay dann gehe ich gekommen aber bitte raus und noch nicht aber warte erst mal auslocken ja wie sie alles spiel hier können wir reinkommen wie soll das spiel verlassen ich bin hier alleine und die hamburg adrian und wo ist jess hallo und willkommen zu die familie das ist nicht nett das ist mobbing also gerade aus nicht ich weiß nur noch nicht wie wir hier ein glockenturm rankriegen also eine glocke rankriegen machen wir die gelbe ich komme aus dem wasser das ist gelbe wie hoch willst du das machen so und dann wollte ich jetzt hier oder ist das so hoch nee so ist gut und dann würde ich hier so eine zäune hoch ja genau dann würde ich hier mit dem blocken dann die glocke daran aber wie was aus was welche glocke wie wie macht man eine glocke warte warte du hast deine maus nicht bewegen google ach so schwarz dunkelholz ne oder willst du mit teil du kannst auch das was du jetzt ja die briggs glaube ich kannst du auch seine mitmachen kommen doch nicht hoch verdammt der achse ich will weg meine maus gar nicht ich will weg meine maus nicht geht nicht und ich will das kann man keine zäune machen jess das sind ja steine man kann mauern machen aber keine steine ach du meinst die gelbe glocke ja ja natürlich nicht mehr machen ja ihr seid doch in den dörfern unterwegs ja könnt ihr eine glocke mitbringen wo ich könnte mal gleich gucken wenn ein paar weint ich und da komme ich aber raus aus dem wasser strom darf sich nicht bewegen nicht ein bewegt mich nicht du darfst nur plötzlich bin ich raus ich zeige dir wo du stehen muss hier genau hier stehe genau hier und einfach und dann bin ich raus du gehst jetzt hoch go stell dich sicher hin und stell dich sicher hin ach so du willst vierer machen ja ich dachte nur zwei aber vier ist auch geil die angst dass man hier einfällt soll ich da mal einen stein reinsetzen ein slap oder soja was ist es ist das ist so hoch geh nach unten den aussammeln so bist du jetzt oben nein bist du nicht geh hoch du musst ach papa das ist nicht guck mal geh doch einfach hoch papa möchte das nicht adrian bitte und was hast du jetzt vor papa geh doch einfach hoch und stell dich sicher hin wie ich es gesagt habe hat sich kommen kriegt ihn da nicht gesetzt ich würde dann aus dem rest treppen machen quasi aber ich glaube noch höher ich habe auch irgendwie das gefühl aber der hier noch höher die zäune höher meine ich warte weg ich mache hier was und dann oben wie bei deinem wie bei deinem brunnen so ungefähr ich werde jetzt was ich warte ich werde sonst rum darf glaube ich also nein ich bin die zäune weißt du das ist so ein dach oben quasi mit treppen ja ja ach so du ähm und so ein röntliches Dach haben mit Treppen mit Treppen nicht so wie ich hier sondern einmal komplett rum im Kreis aber ich hab warte mal wo hab ich den jetzt hingesetzt? nirgendwo hab ich den nicht hingesetzt? nein du musst auf, dass du hier nicht reinfällst dann musst du dich doch aufbauen okay, dann lass Treppen machen warte mal, hier sind das und das und musste in meinen Keller gehen ich hatte noch welche in den Ofen getan vier war also geh einfach ich weiß immer noch nicht wie guck doch in den Dings, in das Buch da steht's da drinnen aber nicht aus Neterwarzen, sondern Ziegel ach so die Neterwarzen schmelzen dann die Ziegel zu Blöcken nein, nein, nein ich komm, ich komm warte, warte, warte ich komm die Neter, ähm Neterstein wird gebraten dann hast du ja da hab ich noch irgendwo welche in dem einen Ofen drin ja aufpassen ist auch wieder eine Schlucht und dann quer zwei Neterwarzen und und Lenk ach Mano hier waren noch welche drin ah ne, hier ist keine Kohle mehr warum nicht ich hab noch ich hab noch ich hab noch ich hab wieder ein Guardian-Tempel ich hab neun Stück ich hab keine Kohle mehr die ist hinten bei der Kirche natürlich da ist schon wieder ein Guardian-Tempel hast du gefunden, Neterziegel? ja, ich hab neun Stück aber das reicht nicht für Treppen da ist Mama, Papa nein, hier ist schon wieder ein Guardian-Tempel ich weiß doch nicht mal wie man das schafft ich hab auch schon wieder ein Guardian-Tempel beim vierer Block rechts oben eine Neterwarze links unten eine Neterwarze und an die anderen beiden Felder machst du so ein Ziegelchen you know ah hab ich doch hab ich doch und dann machst du es in der Steinsäge du brauchst die Koordinaten durchsagen, richtig? nein, nein da wird schon zweimal welche gefunden und dann machst du hier in der Säge machst du denn die Treppen oder nicht? ja weiß ich nicht geht das? ich hab nur sechs ich hab nur sechs nur sechs? ich denk du hast achso das reicht trotzdem nicht ich hab nicht mehr kein Netherrack mehr? ja auch Netherrack hab ich noch ja dann mach rein aber ich hab für dich ne Hose es hätte eine schwere Kohle aber ich hab keine Kohle weil die ist nämlich bei der Kirche ja das ist dein Ernst? ich hab zwei Stecks bei der Kirche die Hose ich hab keine Kohle die Kohle ist hier oben drin und die ist leer sie ist heute raus genug dann habe ich meinen Holz ah jetzt habe ich die ja ok wirst du nicht hab die vielleicht bei mir ja jetzt habe ich meine eigene doch wieder oder was du hast ja auch wirklich geschmissen ja ist egal brauche ich ja nicht weißt du aber ist anderthalb Stunden mit Adrien unterwegs ja brauche ich mal drei Wochen Erholung ich rufe morgen verarbeleid ich brauche einen Urlaub Sonderurlaub Sonderurlaub ja die sind noch nicht gewachsen ich weiß nicht einige sind schon ich finde dass meine Kirche ganz schön cool geworden ist ich kann ja bis auf einen Kackstift schon mal alles abbauen oder was sagst du? äh I don't know und schon mal anfangen die Kisten hier ich bin gerade durch den Dings gelaufen durch den durch den durch den Haarstuhl da kann ich ja schon mal anfangen die Kisten abzubauen oder nicht? I don't know kannst du? Theoretisch da müsste man ja auch nochmal hacken oder sonst das dauert nicht so lange dann baue ich schon mal ja habe ich mir auch schon gelegt das habe ich zwischendurch auch gemacht schon nimmst doch mit hierher dann brauchst du nicht nochmal da hinlaufen ich glaub lieber wow dein ernst ja bis auf den einen Kackstift baue ich jetzt alle ab ne? ja ja Hacker und was heißt hier auch? zurückgebackt ja das mit den zurückbacken jedes mal wenn der Server save ist da auch scheiße oder nicht? vor allem back das nicht nur dann zurück ja wie soll ich denn hier hochkommen? Witzbold ich hab doch einen da gelassen nein ich meine hier hoch im Sinne von auf den Dings keine Blöcke ja ich bring dir Erde wie siehts denn aus mit der Zeit? nur am meckern ja weiß ich noch nicht vor allem nur ja ok reicht noch 5 Minuten anderen also ihr müsst langsam mal nach Hause kommen und dunkel wirds auch wir gehen nicht nach Hause ich bin jetzt nicht die ganze Aufnahmesession umsonst rumgelaufen also müssen wir noch eine Folge machen nein ja ich schwitze was machst du denn jetzt hier oben? ich will gucken guck mal wie ich das schön mache ja jetzt ist sie runtergefallen extra für dich extra für dich ja die brauchen ich hab keine Erde das ist deine geht darum dass ich hier nicht wieder hochkomme warte mal ich geh schlafen schlechte oh einer von uns muss ja schlafen gehen pass auf und ich fliege jetzt vom Server das wäre der Hammer ciao nein ich liege toll ich schlafe ja alleine auf dem Server weißt du so einsam ja sollte dir zu denken geben ja tut's ja auch ja kannst wieder rein vor allem ihr sie echt man wie sie alle wiederkommen ne ja da sind wir wieder tralala kannst du ja mal zu deinem Haus gehen und da du wolltest selber laufen ja ich laufe gleich würde ich nur eben loswenden ja eine goldene Glocke würde ich ganz gerne haben gelbe also eine gelbe das ist für mich gold du musst aber hattest du eigentlich eine Glocke mitgenommen? nein habe ich vergessen egal wir finden es selbst noch wenn du jetzt nicht dein Handy ausmachst es reicht jetzt ich hab sogar mein Handy aus ich kann nichts ich mach kurz mein Klingelton nebenbei aus ja hab den aus ich bring schon mal die Steine nach Hause mhm ist doch ne gute Idee oder? nein warum nicht? weil nein weil nein weil nein? ok mein Inventar ist voll oh Mama was? ich brauch noch mehr Holz warte ich bring Kohle mit ja das bring Kohle mit aber ich brauch mehr mehr Stein ne der Stein hab ich immer noch ein 64er Steck unten nein ich brauch mehr Bricks wiedergepackt und jetzt ein Stein hingesetzt ey du brauchst Bricks ja du musst mir schon den netherrack die Kohle ich komm noch mit der Kohle mehr netherrack hab ich nicht wie hast du ne nur das was da unten im Keller ist nur das was da unten im Keller ist da ist da noch ne zwei da ist da noch ein ganzer Stapel ja dann pack mal rein wer bringt mir denn neues? äh ich offscreen ohne Monster loll nein nein ok wir sind zuhause wir sind wieder zuhause wir sind wieder zuhause wir haben alles umsonst gemacht alles umsonst egal du kannst ja zum Sanddorf rüber gehen und da die Glocke holen ja jetzt sind wir die ganze Folge fast umsonst gelaufen ja dann gehen wir einfach zum Sanddorf ich will einfach ne Glocke ja alles wird zum Sanddorf gehen und da die Glocke holen ja im Nachbardorf da wo die alle arbeitslos sind ist noch ne Glocke ja wir sind wieder zuhause oh so ohne also ich hab Blumen dabei ich hab die Emmerals also ich fand die Reise jetzt durch mann hab noch ja also ich hab 20 aber hey wir müssen euch nicht teleportieren obwohl so viel Blumen sind das auch nicht das sind 20 35 42 50 54 50 59 60 61 Blumen also das ist jetzt oh mein hey ich bin oh wie geil ne ehrlich ach ich krieg nen Krampf nicht nur du aber ich glaub irgendwie haben wir alle nen Krampf ey man was hier klappt das ist die Tür ich hol schon die Tür nicht mal die Tür klappt unser Fernseher auch nicht mehr Glocke hakt oh Gott ist so geil ich mag euch also ich hab nur ein Maiglöckchen das ist echt nicht viel ja hast du Never Brick Slap nein soll ich euch machen oder hab ich zwei das ist Problem mach doch Eichenholz nicht weinen nicht weinen nicht weinen 20 Mohn hab ich mitgebracht wow Papa ja wirklich ich weiß schon dass eigentlich niemand das macht guckt oder wo mach ich denn ähm Aua Aua okay ähm wie viele Blumen hast du denn insgesamt gleich ja um die 60 war's ich hab auch gesehen das ist ja noch wenig ja ich hab gesagt so doll war's ja dann doch nicht aber naja was soll's ja guck mal ich hatte auch wenigstens ein paar so ein Blumenstrauß deiner Frau schenken ich hatte auch viele andere Sachen zu tun ich musste mich durch diese scheiß Wasserfälle äh äh kämpfen und ja weil du zur Lust bist äh ich bin Lord of the lost du bist zur Lust ich kann von Leute lachen schon gar nicht mehr ähm und 15 Porzellanensternchen habe ich mit dabei 5 rosa Tulpen habe ich noch 8 blaue Orchideen ich bin stolz auf dich nicht ja das ist auch mit Recht ähm wie weit ist denn die Folge eigentlich wir sind fertig eigentlich aber ich wollte die Kirchenglocken noch fertig haben ich höre dich höre dich höre dich ich höre dich ich wollte das wollte ich jetzt eine wir brauchen nur eine ich komm schon für den Kirchturm in der Zeit kann Papa sich ja schon mal die Kirche angucken wir müssten so um die vier Glocken sein nn nein so groß ist es ja nicht einfach ehrlich 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 ich bin jetzt schon mit jedem rumgelaufen wir sind in jeder Richtung schon mal gelaufen und das schon sehr weit aber wir haben nie ein Dschungelbüro also die nächste Folge wird weder Papa noch an und anwesend sein ich glaub auch ich glaub auch hey da hab ich schon da hab ich schon da hab ich schon mein kompletten Account gelöscht also ich hab jetzt die Glocke bringen sie mal bitte zu Jasmin ja das ist ein Creeper also in der Kirche oder so in der Kirche ist ne ein Creeper ich hab das grad durch die Wände gesehen ja da ist ein Creeper drin nein oder ja da ist ein Creeper und du machst jetzt Scherze nein ich hab sie grad ich hab ihn tot ok unser Bruder und Scherze ich find das nicht witzig ne äh vor allem unser Bruder unser Bruder also noch 1 2 3 4 da gib mal bitte deine Seite ist der Kackenstaffel nein gib mal äh Kuh ach ne und wieso blöd bin ich auch nicht sicher aber warum smart und ein Creeper hast du den schon rausgeholt jetzt äh den Creeper den hab ich getritten ja aber wieso ist da denn ein Creeper drin da ist doch eigentlich alles ausgeleuchtet das ist doch eigentlich nicht augenscheidlich nicht das ist nicht ausreichend da warum ist hier ein Bett das ist mein Bett ja wenn die Kirche warum ist hier ein Schampen das ist doch nur damit ich schlafen kann während ich hier baue damit du in jesus abend schlafen kannst warum ist hier die Bank die Bank kleiner als hier ja weil die erste Bank immer kleiner ist ahja da sitzen die kleinen Leute da sitzen die kleinen Leute da sitzen die kleinen Leute ohja beim Bild wenn man in Schule Fotos macht wir sind ich saß diesmal ganz vorne man ich saß deprimierend ich saß nicht in der Mitte wie saß nun mal immer vorne oder hinten also ich stand normalerweise in meiner mittleren Reihe und dieses Jahr war ich äh jetzt wo bist du ja wir müssen abschluss jetzt machen ne die Glocke ist noch nicht dran ja wo ist wieder die Glocke ja wo ist wieder die Glocke jetzt fühle ich mich leicht beobachtet nur leicht jetzt geht Papa in die Kirche und der Hoffnung dass sie Treppe oh Scheiße äh ja du kommst doch nie wieder raus er wird jetzt in jesus am gefangen der ist jetzt nicht da reingefallen doch nein mir fehlt eine Treppe nein mach mal Huma bitte oder mach mal unten warte der Stein nein ach wieder da untergefallen und die Glocke muss als letztes Glocke aktivieren die Glocke aktivieren und es wird schon wieder Nacht feil dich auf mich zu schubsen sonst schubs ich dich ich hab ein Feuerzeug ich hab bitte jetzt nicht mehr auf den letzten Metern da so und jetzt alle schwimmen alle zugucken mit der Glocke warte 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 alle einmal herkommen alle runterkommen da alle hier auf den Rand kommen auf den Rand kommen auf den Rand kommen hier nochmal naja beim Sonnenuntergang geh da hin mach mal da äh nix 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 so ähm die kann man nicht sehen die muss man von der Seite ziehen wo ist die überhaupt nicht ziehen ich seh die gar nicht ich seh die Glocke nicht warte 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 da schau mir ich würde ich warte da mach ich so jetzt sieht man aber die müsste kannst du die nicht noch weiter runter ja aber dann ja genau jetzt aber cool äh so Kackstifte weg ja 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 guck mal wie schnell ich hier oben bin warte ich bin warte ich bin so ultra schnell ach nein äh 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 warum ist das boot oben es leckt ich backe danke hätte da oben kann man richtig gut im boot fahren jetzt müsste dann noch close oder sowas oder was ja äh 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 nicht los sondern dichter wenn man was sieht los oder ja von allen seiten schlagen cool so genau jetzt kann man die von allen seiten schlagen da steigen sie ein oder mama nein guck mal schnell blockenturm aktiviert guck mal schnell finde es wie das ist das ist ja sie cool aus warte lass mich als erbauer also mit erbauer da stehen warte warte mal ich will mal kann man an den zaun auch ähm ne warte lass mich da mal als erbauer stehen und dann mache er macht das als er äh als erbauer wer hat das gebaut mit mit erbauer dann nimm das als ding als was warte wie mache ich das aus wie meinst du dann gehen wir weg bitte jetzt habe ich ein screenshot gemacht ja das stimmt so adriam einmal weg bitte ciao das ist der beste rutsche der welt steig in mein boot also guck mal guck mal guck mal mit dem blick auf die stadt wir haben es jetzt auch friedlich gesetzt damit wir es auch mal in ruhe zeigen können mit dem blick auf die stadt das haus die brücke da der 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 baum das baumhaus das kleine haus von arian ollis haus also papa ollis haus ich sehe sogar noch felder und ähm ja jasmins können wir leider nicht sehen von hier aus so ein paar blumen am weg gepflanzt das ist so auf jeden fall auf jeden fall ist das ähm soweit meine kirche ich glaube nicht dass wir hier noch großartig veränderungen noch vornehmen oder habt ihr noch ideen das ist die beste die für mario kart ey guck mal wie schnell ich bin also fakt ist eins hier finde ich es sehr gut ausgeleuchtet warum da jetzt ein creeper drin war weiß ich noch nicht ach die blumentöpfe wollten wir noch gemacht haben ja und ich mache mit absicht immer alle türen zu und hier sind die mitglieder die das hier einmal wieder aufmachen ja so soweit das war jetzt meine kirche wie ich sie bauen würde du kannst hier nicht zaubern weil hier keine bücherregale sind ehemann doch kann er ja trotzdem es gibt nur schlechte entstand kannst du bitte mal aufhören also diese von mir ist unfassbar aufhören mit deinem boot durch meine kirche zu fahren ich fahr hier jetzt in kreis round and round it goes ich ertränke euch gleich im taufkasten im taufbecken ey ja ihr lieben das soweit meine kirche da kommen vielleicht jetzt nachher nochmal ein paar blumenpötte hinten auf den tisch vielleicht nochmal eine kerze oder sowas müssen wir mal kicken jasmin hat mir tatkräftig geholfen vielen dank dafür dass du mir geholfen hast das hier ein bisschen umzusetzen hey warum mach ich das mit dem bilderrahmen jetzt ich hab da nichts gemacht ach man dieser junge gib die bilderrahmen ob du eigentlich den bilderrahmen auf dem boden ähm wenn es euch gefallen hat ich hab kein zweiter lasst einfach mal ein däumchen da da war noch einer ja weiter ähm ja und auch einen lieben kommentar zur nächsten session zur nächsten session hab ich mir vorgenommen die xp farm zu bauen allerdings muss ich mich da noch ein bisschen belesen in diesem sinne machts gut ciao und bye bye tschüss 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 tschüss